KuhnTV hat ein Video rausgehauen, das hat schon nach zwei Stunden 73.000 Aufrufe, also da habe ich Bock drauf. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, der lächerliche Zeitungsbericht über Knossi und Revi, Kuhntalks, bin ich sehr gespannt, was da jetzt passiert. Bevor das Video startet, eine kurze Meldung. Ich habe einen Vlog auf dem Tim & Timothy Kanal gedreht und würde mich mega freuen, wenn ihr auf den ersten Link in der Beschreibung klickt, da kommt ihr nämlich dahin. Das ist eigentlich so mein erster Vlog gewesen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir einfach mal ein paar Kritikpunkte da lasst und einfach mal schaut, ob euch das Ganze vielleicht gefällt. Viel Spaß beim Video. Jo, Freunde des Journalismus, YouTuber sind ja im Fernsehen und auch bei Zeitschriften generell mega beliebt, vor allem da wir den quasi die Zuschauer wegnehmen. Hat er den Pullover verkehrt rum an? Also ich frage jetzt nur so, weil hier das Schild raushängt. Ist das nicht normalerweise drin, das Schild? Ich glaube nicht. Daraus resultieren dann auch immer wieder komische Beiträge, die an Fremdscham und Neid nicht zu überbieten sind. So wie dieses Mal zum Beispiel von der Welt. Der Artikel mit dem Namen Der zweite Frühling des Kai Pflaum ist, lustigerweise auch ein Artikel von Dennis Sand, also der Typ, der das Buch von Montana Black geschrieben hat, ist halt wirklich absolut peinlich und cringe. Aber immerhin waren sie hier so klug, das Ganze unter Welt Plus zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass man halt einfach dafür zahlen muss, um den Artikel lesen zu können. Und was ich hier auch generell einfach mal ansprechen wollte, wenn wir sowieso schon mal beim Thema sind, ist dieses Kündigungssystem von Welt und Plus und alles, was noch zum Axel Springer Verlag gehört. Denn bei YouTube ist es zum Beispiel so, dass wenn du YouTube Premium kündigen willst, dann kannst du einfach in deine Einstellungen gehen und YouTube Premium halt abbestellen. Das war's. Bei Welt und auch bei der Bild hast du so eine Funktion in deinem Profil einfach nicht. Du musst den halt extra entweder per Post oder per E-Mail so ein Schreiben senden, dass du das Ganze halt kündigst. Ja, moin. Aber ey, da brauchen die sich doch dann auch nicht wundern, wenn kaum jemand dort so ein Abo abschließt. Jetzt mal Real Talk. Ich schließe doch nicht ein Abo ab, wenn ich weiß, dass ich am Ende dort nicht kündigen kann. Was ist denn das für eine Kacke? Also jetzt mal Real Talk. So bei YouTube, bei YouTube Premium kannst du zum Beispiel auch eine Mitgliedschaft, du schließt bei mir mal eine Mitgliedschaft ab, also ein Abo, ein Sub und du kannst einfach nur auf einen Button drücken und dann ist es wieder, ja, ähm, dann kann ich das dort wieder nicht stornieren, aber dann kann ich dieses Abo beenden. Aber da muss ich da keine E-Mail schreiben zu irgendjemandem. Ey, da würde es bei mir durchdrehen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Das wird natürlich extra gemacht in der Hoffnung, dass irgendwelche Leute das einfach vergessen oder keinen Bock drauf haben, dass sie das aufschieben und dass die so halt mehr Geld bekommen. Finde ich persönlich wirklich absolut dreist und kundenunfreundlich. Also haltet euch von so einer Abzocke wirklich einfach fern. Aber kommen wir nun mal zum Artikel. Und so steht er dann halt in einer Fernsehstudio-Küche und backt einen Pflaumenkuchen, nachdem er mit dem Gaming-YouTuber RevInsight zuvor im Fitnessstudio war. Ein Blick in den Abgrund. RevInsight hat 3,19 Millionen Abonnenten und seinen Erfolg hauptsächlich Let's Play-Videos über Minecraft zu verdanken. Das bedeutet er, ein erwachsener Mann spielt ein digitales Blaukleuzchen-Spiel für Kinder. Und Kinder oder eben Erwachsene, die auf dem geistigen Niveau von Kindern hängen geblieben sind, schauen ihm dabei zu. Alter, das hat nicht wirklich jemand geschrieben, oder? Das hat nicht wirklich jemand geschrieben. Und wer lässt denn dann so einen Artikel dort frei? Also wer sagt denn, ja, alter, diesen Artikel, den müssen wir schreiben. Wie viel Hass kann man gegenüber einem YouTuber eigentlich besitzen? Ach du Scheiße. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also der, der das geschrieben hat, ist glaube ich auf einer anderen Art und Weise entweder nichtsgönner oder ein extremer Neider. Weil jetzt mal Realtalk, also wir müssen bloß mal bei Revi schauen. Ich will nicht wissen, wie viel der auf dem Konto hat. Und der wird siebenstellig auf dem Konto haben, bin ich mir relativ sicher. Der macht richtig, richtig viel. Ich glaube, der hat auch ein eigenes Label. Er hat ja ein eigenes Musiklabel, ich glaube sogar. Ja, also der hat richtig, also wirklich mega viel. Ja, und bei dem läuft extrem. Bei dem läuft YouTube-mäßig. Bei dem läuft, bei allem, was er drum herum macht. Bei ihm läuft richtig krass, ne, der macht Playsmiths, der bekommt damit gutes Geld. Also was der an Geld macht. So, und ja, auch wenn das bloß, auch wenn der groß geworden ist durch ein Bauglötzchen-Spiel, wie es hier beschrieben wird, hat er es im Gegensatz zu diesem Redakteur geschafft, weißt du. Also ich glaube, der Redakteur, der muss noch sein Leben lang trotzdem arbeiten, um weiter ordentlich Geld zu verdienen. In Rewi könnt ihr jetzt erstmal aufhören und die nächsten 10 Jahre, die nächsten 20 Jahre ganz entspannt sein Leben leben. Aber da merkst du halt einfach, wie nichtsgönnerisch die Leute einfach drauf sind. Also es ist halt wirklich krass. Vor allem, weil Rewi jetzt noch nicht mal so schlimmes Zeug gemacht hat, ne, so jetzt mit Let's Plays. Weißt du, wenn da jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, hier, was weiß ich, Ruin Reserve, die irgendwelche Fake-Gewinnspiele machen oder sonst irgendwas, dann okay, ja, weil die haben ja, durch Betrug sind die ja groß geworden, aber ein Rewi ist ja nicht durch Betrug groß geworden. Alles sehr erfolgreich. Alter, dieser Abseits ist halt wirklich so unnormal, ignorant und dumm, aber fangen wir einfach mal von vorne an. Also, dass Rav Insight mit Sturmwaffel gemeinsam mit Kai Pflaume einen Pflaumkuchen gebacken haben, weil, haha, lol, der heißt Kai Pflaume, versteht ihr, fand ich halt auch unnormal cringe. Da stehe ich auf jeden Fall hinter ihm. Aber was soll denn bitte ein digitales Bauglötzchen-Spiel für Kinder bedeuten? Minecraft ist zwar ab 6 freigegeben, das ist richtig, und ja, auch Kinder haben natürlich Spaß daran, irgendwelche kleineren Gebäude oder so zu bauen, aber wenn man einfach mal so schaut, was für riesige Bauwerke Erwachsene bisher in Minecraft so gebaut haben, oder auch was für krasse Konstruktionen mit Redstone es einfach gibt, ich meine, es gibt einfach Glücksspielautomaten. Also, dass Montana Black noch nicht mit Minecraft angefangen hat, wundert mich einfach. Den vollen Umfang von Minecraft kannst du halt faktisch gesehen erst nutzen, wenn du erwachsen bist. Also, was für Bauklötzchen-Spiel für Kinder? Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass ich jetzt sowieso nicht verstehe, was daran... Zumal, glaube ich, Minecraft mit die älteste Community hat, die es so ziemlich gibt. Also, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, da Minecraft einfach ein extrem altes Spiel mittlerweile schon ist, und, also verhältnismäßig, und extrem viral gegangen ist auch schon früher, wächst ja oder altert die Community ja mit von diesem Spiel. Und ich würde sagen, die haben echt eine mega, also im Durchschnitt noch eine relativ alte Community. Ich denke, da gibt es viele Spiele, auch gerade Handyspiele, das hat eine übelst junge Community. Ich finde, da ist Minecraft, denke ich mal, gar nicht so schlecht dabei. Ich meine, wenn ich jetzt hier so gucke, und ich frage euch zum Beispiel, ob ihr Minecraft spielt, und ihr sagt ja, also viele würden jetzt vielleicht auch ja sagen, ähm, wenn du 17, 18 bist oder 19 bist, teilweise, das ist ja schon ziemlich alt. Von daher... ...für Kinder sein soll, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Gebäude oder Städte gemeinsam mit Freunden oder alleine baut, dann verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum man allgemein immer sagen muss, ey, das ist aber eigentlich für Kinder, das ist ja richtig peinlich und hängengeblieben. Patrick, grüß dich! Ich meine, solange es sich nicht um My Little Pony handelt, ist es doch absolut in Ordnung, als Erwachsener vielleicht auch Dinge zu machen oder zu spielen, die halt normalerweise für Kinder sind. Als damals Pokémon Hard Gold rausgekommen ist, wollte ich das halt unbedingt haben. Ich habe da meine Mutter allerdings im Nebenraum irgendwie telefonieren gehört, und die hat sowas gesagt wie, ja, aus dem Pokémon-Alter ist er ja endlich raus, das ist zu Ende. Und für so einen 13-jährigen Bub ohne Selbstbewusstsein war das halt einfach komplett das Haus für Pokémon. Aber warum eigentlich? Ich meine, solange man Spaß an den Spielen hat, ist es doch vollkommen egal, ob das für Kinder oder Erwachsene gemacht ist. Mal ganz abgesehen davon, dass, glaube ich, die meisten, die Pokémon spielen, sogar erwachsen sind. Lasst euch solche Dinge einfach nicht kaputt reden. Wenn ich zum Beispiel Fernsehen gucke, dann gucke ich irgendwelche Disney-Sachen, wie Wochenend-Kids oder Disneys Große Pause. Ich spiele in meiner Freizeit auch gerne sowas wie Gravitracks, deren Hauptzielgruppe ja auch eigentlich Kinder sind. Und ich zocke alle möglichen Switch-Games. Ja, das liegt einfach daran, dass Grund.EV nicht ganz auf der Höhe ist. Und auch hin und wieder Pokémon, Minecraft oder Fortnite. Wo ist das Problem, solange ich Spaß daran habe? Ihr lebt nur einmal. Macht einfach das, worauf ihr Spaß habt, denn ihr lebt für euch und nicht für andere. Natürlich mit einigen Einschränkungen. Ich sehe schon, die Troll-Kommentare kommen. Aber bei Minecraft ist das ja sowieso nicht der Fall, da das zwar sowohl für Kinder interessant ist, allerdings auch für Erwachsene. Daher macht auch dieses auf dem geistigen Niveau von Kindern hängen geblieben einfach überhaupt gar keinen Sinn. Das ist halt nur Konsum-Tease, sondern soll einfach nur den YouTuber und deren Fanbase einfach runter machen. Ich meine, dieser ganze Artikel liest sich einfach so wie so zwei zwölfjährige Mädels, die nach der Schule telefonieren und dabei über alles mögliche ablästern. Boah, sag mal, hast du heute auch den neuen gesehen? Na ja, meinst du diesen Revi? Ja, Mann, ich habe gehört, der spielt Minecraft. Das ist ja nur was für Kinder. Ja, Mann, oh Mann, den mögen auch nur hängen gebliebene Kinder, oder? Hast du eigentlich schon das neue Titel-Heft gekauft? Der ganze Artikel geht dann genauso weiter. Es wird... Wie Gringer das vorliest, Alter, richtig sympathisch. Die ganze Zeit... Das ist einfach, das ist ein richtig sympathischer Typ, muss man einfach mal so sagen. Alles runtergemacht, was Revi oder andere YouTuber machen zum... Warte mal, was steht denn jetzt hier? Der Tiger geht dann genauso weiter. Es wird... Neue, neue Medien präsentiert. The kids aren't alright. Immer noch nicht. Als der Kuchen fertig ist, fragt Revi, ob es für den Kai cool wäre, wenn er noch einmal schnell bei LFD, äh, LeFasterJung reinchammt, um sich eine Hose zu kaufen. Ist cool für den Kai. Und Revi kauft sich dann eine Hose. Danach fahren sie in sein Studio. Ende. Wer hat denn das geschrieben? Alter, was war denn das für ein Depp? Also, der muss ja... Ne, das ist so dieses... Dieses... Aggressive, dämliche und wirklich geistig sehr zurückgebliebende Verhalten hat er da wahrscheinlich an den Tag gelegt. Ne, also... Und wer hat gesagt, jo, wir lassen jetzt mal den Text einfach frei. Also, wir lassen den frei, diesen Text. Ne. Also, da kann man sich dann nur drüber aufregen. Da kann man sich ja wirklich nur drüber aufregen. Die ganze Zeit alles runtergemacht, was Revi oder andere YouTuber machen. Zum Schluss kommen dann diese Sätze hier. Das Experiment ist natürlich nicht gescheitert, sondern geglückt. Denn all diese Menschen erzählen ja ganz viel. Gerade, wenn sie gar nichts erzählen. Wie stellt sich der Typ überhaupt das Leben eines YouTubers vor? Ich meine, es ist nicht so, dass wir jetzt 24-7 irgendwelche Adrenalin-Junkies sind, die eine krasse Sache nach der anderen machen. Wir leben genauso wie andere Menschen. Nur reicher, mit mehr Freizeit, teuren Klamotten, mehr Weibern und auch generell in einem geileren Leben. Aber abgesehen davon sind wir genauso wie ihr. Gerade für die Zuschauer des jeweiligen YouTubers ist es doch einfach extrem spannend, einfach mal hinter die Kulissen zu sehen. Man konnte zum Beispiel auch so das Streaming-Zimmer oder den Raum von Revi sehen. Keine Ahnung, ob man den vorher schon... Den kannte man schon vorher. Er hat nicht Revi mal ein Video geladen, wo er gesagt hat, das ist ein 100.000-Euro-Raum oder sowas. Zumindest ist es übel teuer, das Zeug. Weil der macht ja auch DJ-Zeug oder irgendwelches Musik-Zeug. Auf jeden Fall geisteskrank bei ihm. Also das ist schon krass. Also mir gefällt es zwar gar nicht, weil das sind einfach nur Betonwände. Man konnte zum Beispiel auch so das Streaming-Zimmer... Das sind halt einfach nur Betonwände, glaube ich. Und mir gefällt das gar nicht. Ich mag das gar nicht, wenn das so kalt wirkt. Und das wirkt für mich kalt. Also das fühle ich nicht so, aber es ist halt krasses Equipment, was hier drin steht. Mega krass. Zimmer oder den Raum von Revi sehen. Keine Ahnung, ob man den vorher schon gesehen hat. Ich liebe das, denke ich auch gut. Aber sowas ist natürlich gerade für die Zuschauer halt sehr cool. Wenn du dich natürlich grundsätzlich nicht für Revi und sein Content interessierst, ja natürlich hast du dann auch keinen Spaß daran. Er gehört also faktisch gesehen einfach nicht zur Zielgruppe. Und anstatt auch einfach das zu sagen und daher sowas zu schreiben wie, ja, ich gehöre halt einfach nicht dazu, deswegen finde ich das langweilig, wird halt versucht mit jedem Satz und jedem Abschnitt Revi einfach komplett runterzumachen. Aber das, weißt du, das ist wieder dieses Vorteil gegen YouTuber. Weil YouTuber, die sind ja, die machen ja nichts und bekommen viel Geld. Und da kann ich auch immer wieder nur sagen, ja, fang doch selber mit YouTube an und verdien halt das Geld. Ey, ich verstehe das nicht. Fang doch einfach damit an, Bruder. Warum gönnt man nicht dahingehend, also so generell diesen YouTubern, beziehungsweise eher überhaupt diesen Influencern, sag ich mal. Warum gönnt man das nicht, ja? Selbst wenn man wenig macht, ja, man macht mit wenig viel Geld. Dann fang das selber an mit YouTube, damit du aus wenig viel Geld machst. Aber das checken die einfach nicht, ja? Das ist so richtig, das ist so richtig diese deutsche, diese deutsche Neidkultur, wirklich. Ey, das war's natürlich auch nicht. Es ist nicht nur so, dass Revi da einen abbekommt, sondern natürlich auch der gute alte Knossi. Die Überschrift seines Abschnitts lautet, Knossi ist ADHS, das man versucht hat, mit Speed zu kurieren. Das ist ja lustig zu werden. Knossi ist so etwas wie eine menschgewordene ADHS-Erkrankung, die man fälschlicherweise versucht hat, mit einer Überdosis Speed zu kurieren. Ein Knossi-Stream ist das interaktive RTL2-Abendprogramm der Internet-Generation. Lauter, schneller, bunter. Also, jeder, der irgendwie rumschreit und Casino spielt, ist das RTL2-Abendprogramm der Internet-Generation. Alter, vor allem auch die Ausdrucksweise einfach. Vor allem einfach die Ausdrucksweise. Das ist doch nicht mal so harmlos oder normal geschrieben. Es ist halt einfach asozial geschrieben. Es ist halt einfach dieses typische ADHS-Krankheit. So richtig, vor allem so auch noch diese ADHS-Krankheit so dumm zu machen mit. Richtig respektlos. Das macht auf jeden Fall Sinn, muss ich sagen. Wenn ich an RTL2 denke, dann denke ich zum Beispiel an Serien wie Frauentausch oder Köln 0815 oder wo auch immer das ausgeschreit wird. Keine Ahnung. Ich glaube, vom Niveau her ist da Knossi schon so ein bisschen drüber. Ja, er schreit in seinen normalen Streams wirklich super viel rum. Und ich persönlich kann mir das auch nicht lange geben, weil mir das halt einfach too much ist. Mit dem ADHS hat er natürlich schon so ein bisschen recht. Das kommt natürlich halt so rüber. Wobei das auch hier wieder natürlich sehr denunzierend ist. Das hätte man auch deutlich objektiver ausdrücken können. Mark gesehen davon hat Knossi aber auch sehr viele geile Streams gemacht, wo er halt nicht einfach nur rumschreit. Beispielsweise halt das Angelcamp, was hier natürlich halt nicht genannt wird. Weiter geht es dann damit. Manchmal, da sind in den Paketen die Fäkalien der Zuschauer drin, was Knossi dann zum Würgen bringt. Was die Knossi-Fans wiederum feiern, weil es irgendwie lustig aussieht, wenn Knossi würgen muss. Knossis Würgereiz ist mittlerweile eine gar nicht mehr ganz so kleine Meme-Page auf Instagram, die bereits über 10.000 Follower verzeichnen kann. Die Frage ist, warum geht er eigentlich gerade auf dieses Video ein? Knossi hat haufenweise Clips und Ausschnitte, die komplett viral gegangen sind. Komischerweise pickt er sich aber gerade das hier raus. Wahrscheinlich, weil er damit eine negative Assoziation erzeugen kann. Hä, wie? Die schicken ihm Kacke und die Leute finden das lustig, wenn er würgen muss? Was ist das denn für ein Typ? Der Clip ist halt genauso gehypt wie 100 andere Sachen, die er ebenfalls gemacht hat. Und diese Instagram-Seite ist halt einfach eine ganz normale Fanpage. Das liest sich halt so, als wenn es bei dieser Fanpage einfach nur um diesen Würgereiz geht. Das stimmt aber einfach gar nicht. Da werden allgemein Clips über Knossi hochgeladen. Die Seite heißt halt einfach nur so. Über ABK gibt es auch etliche Fanpages, die zum Beispiel solche Namen haben wie ABKs Bauchhaare. Heißt das jetzt, dass die Leute irgendwie ABKs Bauchhaare feiern? Oder was will uns Dennis dann damit sagen? Dieser Dennis kennt sich jetzt einfach null in der YouTube-Szene aus. Der schreibt ja dann... Alter, ich muss nochmal ganz kurz ABK danken. Der Typ ist so unfassbar sympathisch. Also richtig geiler Typ. Muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Und ich habe mir heute, wirklich heute früh, heute Vormittag... Alter, ich habe mir so viele ABK-Videos reingezogen. Und auch gestern Abend, weil das so lustig ist. Oh mein Gott. Es ist so... Alter, der Typ ist so lustig. Ohne Witz. Ey, wirklich, ich habe mir gefühlt alle Videos gestern und heute reingezogen. Obwohl ich eigentlich selber ein Video machen wollte. Aber mir ist kein Thema eingefallen, wo ich hätte ein Video machen können. Ja, deswegen, ich muss mal wieder Content reinziehen. Deswegen gucke ich mir jetzt auch solche Videos an, um zu schauen, was ich vielleicht als nächstes Video mal wieder machen kann. Ja, zwei sind ja schon vorproduziert, aber vielleicht mache ich noch mehr. Trollst du? Nein, ich troll nicht. Ohne Scheiß. Also es hat wirklich... Also ich würde niemals so die Videos machen wie ABK, weil ich kann nicht mit Beleidigungen um mich werfen, weil ich Erzieher bin. Also es würde mir meinen Job kosten. Aber dieser Humor, der so trocken ist, wirklich ohne Scheiß. Ich dachte, ich dachte, das ist richtig nice. Einfach irgendwas runter, wo man halt direkt sieht, okay, bro, du hast gar keine Ahnung. Ich meine, dann lass doch so einen Artikel, was soll das denn? Aber es geht natürlich noch weiter. Ein Moment, der auch zeigt, wie diese Menschen, die auf YouTube sehr erfolgreich sind, ihr eigenes Ding machen. Angetrieben sind vom Privatfernsehen, das ihnen nicht ermöglicht hat, ihr eigenes Ding zu machen. Aus Kränkungen können große Dinge entstehen. Warte mal, wobei der Autor des Artikels Dennis Sand mit Marcel Ehres das Buch Montana Black geschrieben hat, als ob der das geschrieben hat. Als ob der das geschrieben hat, das kannst du mir nicht erzählen. Als ob der das geschrieben hat. Dann müsste er doch wissen, wie es ist. Dann hat er ja im engen Kontakt auch zu Montana Black gehabt, als sie das geschrieben haben. Dann müsste er Respekt haben vor YouTubern, weil der weiß, was das krass, oder was es bringt. Also jeder, der erfolgreicher YouTuber ist, hat das einfach nur gemacht, weil er sich vorher im Fernsehen durchschlagen wollte, die ihn aber nicht ernst genommen haben. Und aufgrund dieser Kränkung haben sie sich gedacht, so, ich werde jetzt ultra erfolgreich auf YouTube und dann zeige ich das den Leuten. Ich würde einfach mal behaupten, dass 90% der YouTuber das Ganze hier einfach nur als Hobby angefangen haben. Einfach sich ein bisschen kreativ ausleben, ein paar Videos drehen, ein bisschen Spaß haben. Bei den meisten ist es dann halt einfach riesig und zu einem Geschäftszweig geworden. Aber ich nehme mal nicht an, dass sich viele gedacht haben, ja man, jetzt mache ich erstmal das Fernsehen kaputt. Denn YouTuber haben auch früher gesagt, dass sie mit dem Fernsehen eher weniger zu tun haben wollen. Es ist halt einfach was ganz anderes. Eine neue Generation, ganz andere Leute, ganz andere Zuschauer. Das hat nichts damit zu tun, dass man das Fernsehen kaputt machen wollte. Ich frag mich halt wirklich, wie er auf sowas kommt. Ja, Knossi hatte natürlich vorher schon im Fernsehen einige Auftritte, vor allem bei so Glücksspielshows oder Pokersendungen oder sonst irgendwas. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass Knossi nicht aus dem Grund mit YouTube und Twitch angefangen hat, weil ich dachte, oh, jetzt zerstöre ich das Fernsehen, weil die wollten mich nicht mehr. Dieser Artikel ist halt einfach nur komplett beleidigend. Erstmal natürlich gegen die komplette YouTuber-Szene, weil im Endeffekt wird damit ja jeder gemeint. Aber natürlich ganz besonders gegen Knossi und RefInside, weil die hier natürlich namentlich erwähnt worden sind. Was man von den Videos von Kai Pflaume hält, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich persönlich... Ey, die Videos von Kai Pflaume ohne Scheiß sind richtig geil. Also mir persönlich gefällt es sehr. So hat man auch mal einen Einblick zu anderen YouTubern. Ich muss halt sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist, wie zum Beispiel bei Paluten, da hat man halt gar nichts gesehen, außer dass die halt wandern waren und irgendwas kurz unternommen haben. Aber so viel wurde gar nicht inhaltlich geredet oder sinnvolle Dinge besprochen, die für mich spannend waren. Ansonsten muss ich aber sagen, wie bei Inscope, das war ganz lustig. Oder bei Knossi, das ist auch mega interessant, wie Knossi auch so lebt und so. Mega coole Sache. Real Talk, also hat mir gut gefallen. Dementsprechend finde ich das, was Kai Pflaume macht, echt top. Top und er hat halt einfach die Reichweite, dass er einfach sich die coolsten Leute auspielen kann, weil jeder ihn kennt. Ja, das ist halt das Krasse. Ey, der macht ja geiles Zeug und er weiß einfach, wie er die Leute erreicht, einfach weil der nicht hängen geblieben ist und nicht übel oldschool ist. Und ich finde das schon spannend, mal so einen klateren Einblick in das Leben der YouTuber zu haben, weil ich finde, dass man da auch sieht, dass die eigentlich wie ganz normale Leute sind, nur dass sie halt eine andere Arbeit machen. Dennis Sand hat halt leider einfach null Ahnung von der Materie oder vom YouTube-Dasein. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich auch vorgestellt, dass wir quasi irgendwie die krassesten Leute sind und den ganzen Tag richtig heftige Dinge erleben. Vielleicht war er dann auch nur gekränkt, dass die Videos doch irgendwie so bodenständig sind, sage ich mal, ohne dass da jetzt krasse Sachen passiert sind. Auf jeden Fall ist dieser Artikel halt wirklich absolut lächerlich. Auch schon ein bisschen wack, dass man das hinter Weltplus versteckt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die auch davon ausgegangen sind, dass einige Leute halt darüber berichten, wie zum Beispiel halt auch ich, und sich jetzt einige Leute Weltplus holen. Deswegen kann ich an euch nur den Tipp geben, macht das nicht. Ich habe auch erst gedacht, dass das Ganze irgendwie Satire oder sonst irgendwas sein soll. Allerdings wird da im Text halt auch nichts erwähnt. Es ist kein Hashtag da oder sonst irgendwas. Ich gehe mal davon aus, dass da einfach jemand ein bisschen seine Kränkung rauslassen wollte. So, Bro, tut mir leid, dass Leute wie Knossio oder RefInside wahrscheinlich das 50-Wache von dir verdienen. Aber du kannst ja weiter Bücher schreiben. Ich weiß noch nicht, ob du, darfst du eigentlich, also das ist jetzt mal kurz eine Frage, vielleicht weiß das jemand von euch, darf man Artikel veröffentlichen, die eigentlich nur als Abo, als richtiger bezahlter Abonnent zugänglich sind? So wie das Kron.TV gemacht hat mit den Ausschnitten bei Bildplus oder bei Weltplus oder was weiß ich. Darf man das? Ich würde ihn gerne dafür dissen, aber das Montana Blackbuch war schon ziemlich geil. Das war es soweit von mir, was sagt ihr dazu? Schreibt es in... Ah, er hat es wirklich geschrieben. Nein, glaube ich nichts. Man muss schauen, wie das Zitatrecht greift. Na gut, er hat sich ja darauf bezogen. Man muss ja praktisch auf diesen Inhalt von diesem Text eingehen, damit es Zitatrecht greift.